Hamburg, Stockholm, Bucharest, Sofia, Neapel, nach Rom und nach Chisinau weiterfliegen. Bei diesen Flügen hat sich das Abfluggate am Münchner Flughafen geändert. Das neue Gate nach Manchester ist jetzt H40, nach Helsinki G18, nach Hamburg G12, nach Stockholm G24, nach Bucharest H39, nach Sofia H29, nach Neapel G34, nach Rom G16 und nach Chisinau H18. Ladies and Gentlemen, a short information for all passengers booked to Manchester, to Helsinki, to Hamburg, to Stockholm, to Bucharest, to Sofia, to Naples, to Rome and to Chisinau. There has been a gate change. The new departure gate in Munich is now H40 to Manchester, to Helsinki G18, to Hamburg G12, to Stockholm G24, to Bucharest H39, to Sofia H29, to Naples G34, to Rome G16 and to Chisinau H18. They've ordered a Banana Raid, zum Square, to Rome G18 in New York. und es ist ein Monique! Das ist es gut! Ich bin sicher, das ist ein Monique. Es ist ein Monique. Das ist der Noppe? Ich bin mir nicht so. Ja, das ist super. Ja, das ist gut. Vielen Dank. 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 ... 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